Das Gesicht eines Menschen verrät uns seine Gefühle, eine universelle Sprache, die jeder versteht. Doch es gibt Menschen, denen die Fähigkeit fehlt, die Emotionen in der Mimik ihres Gegenübers zu lesen. Menschen mit Autismus wie Rainer können in den Gesichtern ihrer Mitmenschen nichts erkennen. Dadurch haben sie Schwierigkeiten, auf andere emotional zu reagieren. Sie fühlen sich ausgegrenzt und einsam. Wissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin erforschen, wie man Menschen beibringen kann, Gefühle richtig zu deuten. Isabel Jobeck entwickelt mit ihrem Team Methoden, mit denen Autisten das, was eigentlich intuitiv geschehen soll, erlernen können. Mein persönliches Ziel ist tatsächlich, Menschen mit Autismus, ob es jetzt Kinder sind oder Erwachsene, zu helfen, in der Welt besser zurecht zu kommen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, mit anderen Menschen auszukommen. Und das ist so wichtig, nicht nur für unser Sozialleben, auch für unser Berufsleben, für praktisch alles in unserem Leben. Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass wir andere Menschen lesen können. Isabel Jobecks Team hat eine Software entwickelt, die autistischen Menschen ermöglicht, das Erkennen von Emotionen zu üben. Dafür haben Schauspieler mehr als 40 Gefühle mimisch zum Ausdruck gebracht. Wie sehen wir aus, wenn wir gerührt, frustriert oder einfach glücklich sind? Diese kleinsten Veränderungen in der Mimik in tausenden von Ausdrücken müssen Autisten mühsam erlernen. Eine Aufgabe besteht darin, die Ausdrücke von Augen und Mund richtig zusammenzufügen. Autisten sollen verstehen, welche einzelnen kleinen Bewegungen welchem Gefühlszustand entsprechen. In früheren Studien, die wir gemacht haben, haben wir herausgefunden, dass Menschen mit Autismus weniger auf die Augen schauen, wenn Leute Gefühle ausdrücken. Nun sind die Augen aber ganz besonders wichtig, wenn wir Gefühle lesen wollen, weil die häufig am ausdrucksstärksten sind. Deshalb zeigen die Wissenschaftler den Autisten, wohin sie schauen sollen. Nur drei Stunden Training pro Woche verbessern das Lesen von Gesichtern. Isabel Jobeck hat herausgefunden, dass sich diese Fähigkeit in einer messbaren Aktivierung des Gehirns widerspiegelt und welche Region dafür entscheidend ist. Das Gehirn zu stimulieren geht am besten im Kindesalter. Das Programm von Simone Kirst soll autistischen Kindern die soziale Interaktion erleichtern. Denn Autisten verfügen genau wie jeder andere über Gefühle. Sie können sie nur nicht passend ausdrücken. Lutz hat das sogenannte Asperger-Syndrom, eine spezielle Entwicklungsstörung innerhalb des Autismus. Lutz geht auf eine normale Schule, ist überdurchschnittlich intelligent. Doch der Kontakt mit anderen Kindern fällt ihm schwer. Im Unterricht macht er richtig gut mit, er hat Spaß dran, da klappt es ganz toll. Das Problem und die Schwierigkeiten sind dann die Pausen. Lutz weiß ich, was er machen soll. Das Resultat ist dann, dass er durch die Klasse rennt, dass er anfängt zu stänkern, zu schubsen, einfach um auf sich aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, ich will mit euch reden, aber er kann es nicht. Das neue Trainingsprogramm wird heute zum ersten Mal getestet. Wird Lutz auf Anhieb die Gefühle der Schauspieler deuten und benennen können? Ich glaube mal eher ängstlich. Im Programm für Erwachsene geht es darum, die verschiedenen Gefühlsausdrücke beim Gegenüber zu erkennen. Kinder sollen zudem lernen, adäquat auf die Emotionen ihrer Mitmenschen zu reagieren. Lutz macht ein solches Training schon seit Jahren und hat in dieser Zeit erhebliche Fortschritte gemacht. Es war ja nicht einfach mit Lutz. Und da bricht man dann auch mal in Tränen aus und da hat er gelacht, da hat er sich gefreut. Das fand er total aufregend. Und heute ist es so, wenn ich jetzt ein Tränchen habe, dann kommt er und bringt mir ein Taschentuch. Er freut sich immer noch ein bisschen, aber er weiß, es ist was Trauriges und er weiß, wie er reagieren muss. Damit sie die Gesichter erkennen und andere Menschen emotional einschätzen können, müssen autistische Menschen aber permanent üben.